Hallo, ich bin der Thorsten vom News Department und nicht wundern, wenn ich heute so blinzel, aber es ist so granatenhell, eigentlich hätte ich eine Sonnenbrille aufsetzen müssen. Habe ich vorhin noch probiert. Ja, das sieht cooler aus, aber ich finde, es gehört sich irgendwie nicht vor der Kamera, eine Sonnenbrille aufzusetzen. Also blinzel ich jetzt mal ein bisschen rum und erzähle dir was. Nicht über cool sein und ähnliches, sondern über ein Auto, was jetzt in der aktuellen Folge von Worldtrip, der Auto-Podcast, zu hören ist. Das ist das Auto, was du da hinter mir sehen kannst. Schau, da ist er, das ist der Dacia Duster. Für mich der Erstkontakt überhaupt mit der Outdoor-Marke. Und dann habe ich gedacht, ich nehme gleich mal die Ikone, das ist der Duster und wir schauen uns den mal ganz genau an. Und wir schauen uns auch mal an, für wen der geeignet ist. Ist der vielleicht sogar eine Alternative zu gebrauchten Autos? Also statt eines gebrauchten lieber einen neuen Duster kaufen, drei Jahre Ruhe haben, weil drei Jahre Garantie oder vielleicht doch lieber einen gebrauchten kaufen. Ich kann dir so viel sagen, wir werden auflösen, ob es eine Alternative ist, einen Audi Q2 in Gebrauch zu kaufen oder für den gleichen Preis einen Duster zu kaufen. Das verrate ich dir natürlich jetzt noch nicht. Da musst du in die aktuelle Folge von Roadtrip, der Auto-Podcast reinhören. Und da erfährst du dann alles weitere zum Dacia Duster, der da hinter mir steht. Einen Link dazu, klar, den habe ich dir da unten in die Beschreibung dieses Videos gepackt. Einfach draufklicken und dann hören wir uns wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin.